Schönen guten Tag! Ich erkläre euch heute den Boss Aurillaya aus dem Raid Ulduar. Und wir sehen, da kommt der Boss mit zwei Ads auf euch zu. Ich empfehle euch hier, dass die Tanks sich direkt die Ads schnappen und dann Cooldowns ziehen, denn die kloppen ordentlich rein. Ihr seht das jetzt gerade, zack, der erste Tank down, weil ich keine Cooldowns gezündet habe. Wenn ihr das aber richtig gemacht habt, dann burstet ihr erst die Ads down und dann könnt ihr den Kampf normal fortführen. Ja, und ihr seht jetzt gerade die Fähigkeit Schreckenskreischen. Das wird alle Leute vieren und zwar für fünf Sekunden, rennen dann alle rum. Hier empfehle ich einmal ein Tremor-Totem oder wenn ein Priester rauskommt, Massendispel. Weil unmittelbar nach dem Vier castet sie Schildwallschlag. Schildwallschlag macht 3500 Schaden jede Sekunde an allen Spielern, ist unterbrechbar. Also müssen die Leute sofort aus dem Vier rauskommen, um dann Schildwallschlag schnell unterbrechen zu können. Ja, und jetzt habt ihr gerade Überschallkreischen gesehen. Überschallkreischen ist eine Fähigkeit, wo sie im Kegel vor sich Schaden verursacht und zwar 74.000 bis 90.000 Schaden, der sich aber durch alle Spieler, die da gekuschelt vor ihr stehen, aufteilt. Das heißt, wenn ihr dann mit alle Mann drinsteht mit zehn Mann, sind das nur noch 7.000 bis 9.000 pro Person, dann geht das. Deswegen macht das auf jeden Fall, kuschelt da vor dem Boss, sonst sterben euch Leute weg. Ja, und jetzt hat sie die Fähigkeit Wächterschwarm genutzt. Bei Wächterschwarm spawnen ganz, ganz viele kleine Ads, die haben super wenig Leben. Deswegen packt einfach alle mal einen AoE-Spell aus, dann sind die down und gut ist. Ja, und zu guter Letzt kann sie noch ein Ad beschwören und zwar, das ist der wilde Verteidiger. Der wilde Verteidiger, der springt immer von Ziel zu Ziel und resettet seine Aggro. Hier empfehle ich dem Off-Tank, immer wieder zwischenzuspotten, sobald es geht. Der verliebt zwar andauernd wieder die Aggro, aber immer wenn er gespottet hat, hat er für eine kurze Zeit den Schaden, nimmt er dann auf sich. Problem hierbei bei dem Addis, das kann bis zu sechs Sekunden die Ziele unterbrechen und damit dann auch dann, ja, Casten hindern. Und das ist so ein bisschen so ein Ding, gerade auf Heilern super nervig oder auf Castern. Deswegen schaut, dass ihr das dann wenigstens im Klee, vielleicht sogar im Fokus, downsärkt. Alles in allem muss man sagen, es ist ein abwechslungsreicher Kampf. Endlich mal alle vorm Boss und nicht wie bei den Drachen, dass man da irgendwo an der Seite oder hinten stehen muss. Finde ich sehr, sehr cool. Auch viele Fähigkeiten für einen Boss, aber alle ganz gut spielbar. Wenn man sich da so ein bisschen reintrainiert, sich das Ganze nochmal in Ruhe anguckt, dann sollte das auch ganz gut klappen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Raiden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, auch jetzt vor allem eine schöne Weihnachtszeit. Wenn ihr das Video danach guckt, halt einen guten Start ins Jahr. Lasst mir gerne ein Abo da, unterstützt mich bei der Arbeit. Liebe Grüße und bis dann.